Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 13, Ghost of Tsushima. So Leute, wir schauen mal wo es hier weiter geht. Ich habe schon eine Mission angewählt, habe aber schon, muss ich dazu sagen, schon länger nicht mehr gezockt. Ihr wisst ja, zur Zeit ist es ein bisschen schwierig bei mir, also dass halt täglich neue Folgen kommen. Ich bin immer so, ich tue ein bisschen im Voraus aufnehmen und kann dann alles hochladen und Tag für Tag halt freischalten. Aber ja, zur Zeit einfach nicht so viel Zeit oder generell das letzte Jahr, sage ich mal, einfach nicht so viel Zeit. Ich hoffe, dass jetzt, wenn jetzt dann bald die neuen Konsolen kommen, ich dann auch wieder bald bei mir Zeit finde. Das Hausprojekt, wo ich gerade dran bin, also ich habe mein Haus gekauft und bin gerade hier fleißig am bauen. Es ist gerade Winter und ja, jetzt habe ich noch eine Baustelle zu erledigen, Treppe setzen und so weiter. Und dann ist es auch erledigt und dann hoffe ich mal, ich kann es natürlich nicht versprechen, man kann ja nie irgendwas versprechen. Aber ich hoffe natürlich mal, dass dann wieder ein bisschen mehr Zeit ist zum Zocken, weil ich habe eigentlich richtig Bock auf Zocken. Aber halt einfach nicht so viel Zeit, Leute. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich halt einfach nicht so viele Folgen online bringen kann oder so schnell auch hintereinander online bringen kann. Aber ich gelobe Besserung und ja, aber ich verspreche natürlich nichts. Aber es freut mich natürlich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr immer fleißig kommentieren tut, wenn ihr mir ein Abo da lasst, würde mich alles sehr, sehr freuen. Also ich werde auf keinen Fall irgendwie YouTube aufhören oder so, aber ich habe ja nicht so viel Zeit wie andere und ich hoffe, ihr könnt es mir ein bisschen nachsehen. Genau, also aber genug gesammelt. Ich würde sagen, wir schauen in die 13. Folge rein und wir müssen hier was erledigen. Die Geschichte von Rioso. Da würde ich sagen, da gehen wir doch jetzt mal hin. Einmal drehen und ich würde sagen, in die Richtung, hier geht es irgendwo lang. Da schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Ich hoffe mal, dass ich die Steuerung noch einigermaßen hinkriege. Gehen wir mal hier durch. Hier war irgendwie so ein komischer Fuchsbau. Okay. Wir kommen jetzt hier aber gar nicht runter, oder? Kommen wir irgendwo runter? Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir irgendwie außen rum. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo rum können. Hier, glaube ich, können wir runter, genau. Dann schauen wir, was er erwartet. Und Leute, was sagt ihr eigentlich? Habt ihr euch die neue Xbox oder PS5 bestellt? Wird mich sehr, sehr interessieren, was ihr euch bestellt habt. Und ihr könnt mal zuschreiben, was ihr euch bestellt habt und warum. Das warum würde mich interessieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir alle zwei Konsolen bestellt. Kappa? Ja, nee, ich habe mir wirklich alle zwei Konsolen bestellt. Und zwar die Series X und auch die PS5. Und laut Amazon ist auch nichts storniert worden. Es sind alle zwei im Warenkorb drin und werden auch geliefert zum Release-Datum. Ich bin echt gespannt, ob ich sie auch wirklich kriege. Habt ihr gedacht, normalerweise, ich bin eigentlich PS5 oder PS-Playstation-Spieler. Und ich habe mir jetzt mal die Xbox gegönnt, Leute. Ich bin echt gespannt drauf. Und vor allem mit dem Game Pass, was die da haben, soll ja ganz interessant sein. Meine Main-Konsole wird natürlich weiter die PlayStation bleiben, weil einfach, ja, Exklusiv-Titel und so weiter, das hat ja die Xbox nicht so. Und wenn sie halt Exklusivs hat in Form von, die kommt halt nur auf Microsoft raus, ja, dann kannst du halt auf dem PC auch spielen. Da mein PC aber nicht mehr so stark ist, also ich glaube, dass da schon einiges mehr geht. Und ich jetzt so ordentlich weiteres Geld habe, natürlich jetzt schon, ich könnte mir natürlich einen neuen PC kaufen, aber... Nö, ich sehe das nicht ein. Ich hole mir jetzt einfach eine Xbox und dann kann ich jetzt auf die auch zocken. Und, ja, ist ja dann aufnahmetechnisch auch wieder besser, wenn du von der Konsole aus aufnimmst, als wenn du vom PC aufnimmst. Und du ein extrem krasses Spiel hast, sag ich mal, wo extrem Grafik braucht, dann gleich den aufnehmen oder auch streamen. Alles mit dem gleichen PC wird da dann, ja, ist die Qualität dann doch nicht mehr so gut. Auch wenn man einen guten PC hat vielleicht. Oder mit meinem PC, sag ich mal so. Und da ist es von der Konsole wahrscheinlich ein bisschen entspannter alles. Und deswegen auch meine Entscheidung, Xbox und PlayStation. Falls da mal irgendwas kommt, was aus der PS5 nicht kommt, dann kann ich halt ausweichen auf die Xbox und somit könnten wir eigentlich alles zocken. Also irgendwo hier lang, genau. Genau, das ist so meine Gedanken zu den neuen Konsolengenerationen. Und ob die eine jetzt mehr Grafik schafft oder nicht, die eine mehr Teraflops hat oder nicht, ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur Spielspaß haben und, genau. Deswegen alle zwei Konsolen und fertig. So, jetzt schauen wir mal. Es geht irgendwo hier lang. Ich hoffe, dass es einigermaßen noch beim Kämpfen hinbekommen. Oh, warte, ob hier war es. Genau, ein Bambus. 110 Meter zum Friedhof, also das ist er hier. Hier war ich doch schon mal. Hier habe ich doch schon mal ein bisschen gekämpft. Oh, falsch an, okay. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, hier müssen wir eigentlich hier richtig sein. Ist es jetzt hier oben eher oder da unten? Weiß was, ich gehe jetzt mal hier lang. Vielleicht können wir dann hier auf den Weg irgendwas erledigen. 60 Meter. Treferioso. 70 Meter, okay, wir entfernen uns wieder. Muss hier irgendwo sein. Dann gehen wir hier lang. Okay, naja, schätzen wir das da hinten irgendwo. Da hinten steht jemand. Dann schauen wir mal. Ich hoffe mal nicht, dass uns der feindlich gesinnt ist. Weil sonst muss ich halt abschlachten. Die sieht aber komisch aus. Okay, wir sprechen mal mit ihm. Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Die Geschichte von Rioso. Mein Speer ist zurück. Los geht's. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt mal wieder Bock zu streamen. Bloß das Problem ist bei mir. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gestreamt. Also bestimmt schon ein Jahr nicht mehr. Und ich müsste jetzt so viele neue Einstellungen alles wieder vornehmen. Ganz ehrlich, Leute, streamen ist wirklich ein Thema für sich. Gibt es bestimmt viele Leute, die machen das alles super und machen das jeden Tag. Ich müsste halt wieder die ganzen Einstellungen jetzt wieder mal machen. Die Stream-Einstellungen. Ich müsste echt wieder mal hinsetzen und das erledigen. Bloß wenn man eh schon nicht so viel Zeit hat, dann ist es halt nicht so einfach, muss ich sagen. Aber spätestens so neuen Generationen, Konsolengenerationen werde ich mich da wieder ransetzen und werde dann wieder ein bisschen... ...das alles wieder ein bisschen einstellen und so weiter. Ich hoffe auch mal, dass ich das alles einigermaßen hinbekomme. So, jetzt schauen wir noch mal. Okay, löse keinen Alarm aus. Schalte den Alarm im Leuchtturm aus. 60 Meter. Okay, dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich das am besten mache hier. Interessiert den Alarm? Da hinten sind welche, okay. Okay, Gegner, mich sehe ich jetzt hier nichts. Wahrscheinlich, da werden wir fünf Versuche brauchen, bis wir hier das knacken. Schalte den Alarm im Leuchtturm aus. Okay, da oben. Ist da irgendwie ein Gegner? Der Alarm schlagen kann? Das sieht ja ganz so aus, als wenn wir hier einfach hoch könnten. Okay, hier sind Gegner, den können wir gleich... ...den könnten wir vielleicht von hinten gleich erledigen. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Pfeile voll, warte mal. Können wir den hier gleich abknallen? Okay, es hat auch geklappt. Es ist mir auf jeden Fall ein bisschen nachläutig, wenn ich hier ein paar Versuche brauche. Ich habe schon ewig nimmer gezockt. Und da ist einer. Aber klar. Haben wir schon verloren? Ah! Scheiße! Okay. Du wurdest gesehen. Das war das mit mal Lahm auslösen. Das coole wäre halt, wenn die blöden Gegner einfach mal tot bleiben würden. Ne, muss ich alles nochmal machen. Okay. Legen wir den gleich um hier. Okay, läuft, würde ich sagen. Wo ist er jetzt? Okay, haben wir auch eliminiert. Hier hinten einer sitzt ja blöd, gell? Weil wir alle zwei auslöschen müssen. Ich muss mal schauen. Hier, die gute Schuss fällt. Ich weiß ja nicht, wenn ich die jetzt einfach kille, ob der dann einfach Alarm auslöst. Aber ich würde eher sagen, er sieht ja den anderen. Okay. Nur drei Pfeile. ernsthaft ich habe gesagt wir werden wahrscheinlich ein paar versuche brauchen die geschichte von riosu problem ist wir gehen bald die pfeile aus schauen wir ob ich dann noch ein paar snacken kann ok da ist jemand vielleicht können wir hier irgendwo rumgehen das wollte ich gar nicht ich wollte erstmal die vorräte mitnehmen jetzt wollte ich hier schauen genau da ist nämlich einer okay Hier müsste aber eigentlich noch einer sein. Da oben sind zwei auf jeden Fall. Den könnten wir eigentlich killen. Das ist echt blöd, was man da nicht gesehen werden dürfte. Da oben sind wir, da oben sind. Da oben sind wir, da oben sind. Und die gehen noch relativ simpel. Okay. Ich muss ein Signal geben, dabei werden sie müssen. Ähm, ein paar Leute, um den Angriff zu entfache, den Leuchtturm und den Angriff zu melden. Hä? Okay. Schauen wir, ob wir hier ein paar killen können. Töte sie alle! Okay. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Geh mal kurz raus. Witzel, bitch! Okay, läuft doch. Ein paar mehr Anläufe gebraucht, aber so geht's doch. Wir schauen mal, ob wir es looten können. Noch ein bisschen was gibt's schon. Okay. Hier oben gibt's anscheinend auch noch was, da schauen wir doch mal gleich hin. Der sieht auch nicht mehr so fresh aus. Gut, dann reden wir nochmal mit ihm hier. Sprechen. Die hab ich schon mitgenommen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich es dann zulesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer. Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Wir sind doch hier. Du bist verrückt. Wie bitte? Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Und gut, untersuche den Anlegeplatz der Mongolen und löse keinen Alarm aus. Gut, ich würde sagen, schauen wir uns aber die nächsten Folge an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es dir gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar, Like oder auch Abo. Da würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi. Bis dahin. Bis dahin.